so halli hallo meine freunde und zwar habe ich gute nachrichten erst mal meine grafikkarte ist da sonst würde das video jetzt nicht sehen und zweitens ich bin in das atlas creator programm das reaktor creator programm aufgenommen wurden wie hier unten so schön sehen könnt und das bedeutet ich darf jetzt verlosungen machen und zwar gibt es diesen schönen rasgen hier zu gewinnen das ist der sogenannte citadel skin diesen kann man gewinnen dafür habe ich 20 keys bekommen den werde ich verlosen einfach unter dem video kommentieren und ich werde dann ungefähr eine woche vor ende bevor die keys ablaufen die haben nämlich zeitlich limitiert in der gültigkeit eine woche bevor die keys ablaufen werde ich dort verlosen und versuchen die leute entsprechend anzuschreiben am besten irgendwie eine kontaktmöglichkeit hinterlassen twitter oder sowas eine e-mail wäre vielleicht nicht so geil werden natürlich auch ein video zur verlosen machen dass hier keiner sagt ich schummel oder sowas wenn es weniger als 20 kommentare werden dann kriegt natürlich jeder so ein skin ist ein super hübscher pinker rask der normale skin noch mal kurz zur erinnerung ist so sieht rask normalerweise aus und dieser citadel skin den wir hier verlosen sieht so aus so hier wollte ich mir noch mal die e mail dazu zeigen damit ihr auch nicht denkt hier ich mache irgendeinen quatsch und zwar ist das die e mail ich bekommen habe inklusive der give away code zum ende natürlich jetzt nicht zeige und dort ist auch zu sehen hier 30 april 2017 werden die auslaufen also wäre ich ungefähr am 20 april sage ich mal eigentlich am 23 april aber sagen 20 april rum ein video machen wo ich dann es kommen die kommentare auswerte und dann müsst ihr euch irgendwie wahrscheinlich bei mir mal melden dass ich mir private nachricht mit dem skin code schreiben kann ja das war es dann auch schon wieder für heute ich wünsche euch einen wunderschönen tag und bis morgen